hallo und willkommen zurück zu letztem mal beim nächsten mal waren wir bei der insel die lieben insel heute wasser will ich denn die stein insel machen dann terreinhöhe erst mal bei mir ein bisschen leise ich höre mich gerade mit mir so deshalb bril ist auch so komisch ich hab nur ein bisschen ungewöhnlich für mich also erstmal eine brücke wo haben kopiervorlage wo machen wir erst am besten naja makamitli wir anpassen sind das bisschen höhe hat auch niemandem gesagt das bisschen höhe hier ist die insel hoch machen wie gesagt die ich hier da kommt erst nach ja so kann was mir kommentieren könnte aber gut dann ein bisschen zu hoch hier noch ich brauche noch berge hier so hier hast du mir auch mit dem strach am besten hier oder ist das ist Brücke, das ist eher stumm. Probieren wir mal eine Miene zu sehen, nochmal, und wieder anpassen. Die Meme muss frei sein, sonst ist stumm auch. Falsche Taste. Oh Gott, wie sieht denn der aus? Also erstmal anpassen. Mal wieder. Jo, es kann man so lassen. Wie ist es mal? Eine weitere Miene. Wie im Terrainwerkzeug. Moment. Das ist ein bisschen dumm hier immer. So. Die Bedienung ist immer Kacke. Ja. Kommite, du. Komm mir jetzt so. Komm noch far besser. Bisschen. Oh Mann, das Spin-Pasieren ist immer dumm. Seid immer im Halbienbär, wo man auch immer. Und fach mal so. Das nervt einfach nur noch. Zum jeden Fall ist ein Werk so. Das ist ein Spaß. Warum ist ein Berg? Da fühle ich es nicht. Das kann ich nicht mehr einmal auf dem Berg sagen. Was eben hier. Und dann noch ein Berg hoch. Ich weiß nicht, dass die Lohre sind. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass die Lohre sind. So geht's doch. Wir sind nur ein paar Feinde. Die Truppen kommen später, die kann uns im Editor platzieren. Natürlich mehr als vorher. Was kann man auf die nächste Insel packen? Eisen und Schwefel. Mal überlegen. Komm wir geben, wir geben den Eisen. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht noch hier die Insel mache. Ich brauche die andere Rohstoffe und so. Kann ich das 1.1. Ja, Maun. Mach mir mal ein bisschen mehr. Die Mende Rohstoffe. Der ist hier gerade ein. Ich mach mal auf 50.000. Die nächste Brücke. Jetzt habe ich für meinen Spaß. Öffne. Left. Die wird mir zu hochblasieren. Und die noch abreißen. Ganz klar. Es wird mir zu hochblasieren. Geil. Anhaltbar. Drück. Denkst du rückstern. Die Beine. 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 Na, so nett. Hier noch glätten. Und hier noch hoch machen, damit der Spieler auch draufkommt auf die Brücke. Ich bin gerade unklar, wie man die Kamera überhaupt dreht. So geht aber besser mit der Brücke, vielleicht bin ich die Brücke nimmer. Jetzt hier die Einsel, Einseln-Inseln. Hier ist ein Zeug. Hm. Mal sehen. Fürs erste Jahr. Die fliegt mal wieder in der Luft. Probleme mit einer Mine. Ich sowas liebe. Runter, runter, runter. Unter, unten. Hier Wasser weg. Die Textur. Und runter damit. Hier noch den Zipfel weg. Na gut, lassen wir. Wie wird alles gut aus dem Wasser? Ja. Erst mal Wasser weg. Die sieht nicht so aus, wenn sie nicht schweben. Die auf Wasser weg. Und dann da noch. So. Und damit würde ich sagen, ich beende mal die Folge. Tschüss. Auf schon. Bis zum nächsten Mal!